Oh ja. Ah, ich mag sie mir nicht mehr. Ich mag sie mir nicht mehr. Wir schicken mal in den Kissen. Das ganze Sprügel an. Ja, das ist eine andere Kerle. Also, wenn einer kommt hinter mir... Verdammt, ich bin nicht jetzt. Gibt's noch ein Brotter? Ja. Ja, ich bin nicht in die Kissen. Was? Gibt's mir nicht in die Kissen? Ich bin nicht in die Kissen gefangen. Also, das ist alles vor, dass ich mich bin. Na ja, mein Partner. Ich bin nicht in die Kissen. Oh, gut. Schickst du wieder? Kann man eigentlich mal, also kann man das. So, auf der anderen Seite? Ja, das kann man da. Juhu. Ah, da ist er der! Äh, es kommt ein Tosnick. Und unten von meiner Seite. Ah, da ist er der. Schickst du wieder? Er truff, er truff, er truff. Was hab ich denn jetzt da truff? Ich hab viele Kopfzeuge noch rein geschmissen. Ja, dann ist das nicht nachher. Er truff, er muss mich dann entspannen. Aber jetzt kommt das noch nicht damit, was er da ist. Das ist ins Küche. Ja, aber jetzt kommt das. die Aal weil ich wieder an irgendwas hängerbleiben, nicht welchen Wind mit dem Wind mit der Fahrerseite wahrscheinlich das gibt mich dann auch einfach unten wegen der Ongel für mich nicht oben, wenn die Ongel Ah, ich bin doof! Ich muss das mal vorbei! Lachen wir! Irgendjemand kommt das mal hinten! Gehst du den Gaumen? Ach, verdammt! Kannst du mir nicht... So, einer ist unten, kann sich dann inbauen... Ah, hier gibt's ja Nerv... Äh, Matt Miller... Du machst die Sieglinie oder wo ist? Kamera auf! Warte, gerne ab, dann hab ich nichts sehen! Ja! Bist du oben, Mitte? Ja! Kamera... Wo? Ja! Du bist auch fast drin, verdammt! Warte, damit zeig ich... Ähm, da kummer... ...sieglaut! Richtig laut! Das ist ganz unten, der Wurzene! Warte, warum nicht? Auf! Auf meiner Seite! Sie müssen super schüttler gleich weg! Sie müssen schüttler! Ja, nee, nee! Trocka, trocka, trocka! Sie müssen wir keine Ahnung sagen. Sie müssen wir keine Ahnung sagen sagen. Ich kann sicher warten, damit es den Punkt löst. Was ist denn hier? Ja. Das ist ein super Schüttelgeräusch. Wie ist es? Warum? Was ist denn da? fluffy. Wieso? Wiesteig? Passt nicht? Na, das ist es. Wieso? Nehmen wir dir diesen Punkt. Das war gerne an. Du hast dort den Unbescheid links und rechts. Scheiße, hast du superschön Geld. Die Franken-Dollar. Der liegt unter mir. Jawohl. Hast du durchschleppt? Ja. Ja. Unten schaut einigermaßen guter Wasser. Vorne. Ah, ich hab mich gewischt. Ich war einfach so weit. Der Schreiber kommt. Und jetzt schaut. Bist du wieder hoch? Ja. Wohin habe ich ihn. Der Tosten ist hinter mir her oder so. Ich schau, dass ich wieder abbekomme. Na, scheiße. Ich hab noch nicht gehabt. Ja. Ist der oben? Ja. Bitte nicht. Ah, ich hab grad Fähigkeiten brauchen. Ich will links fahren. Irgendwann hab ich... Ich hab' da. Das ist das mal guter. Oder? Dann kommt der mit einem Abzug. Dann kommt der mit einem Abzug. Dann kommt der mit einem Abzug. So trotzdem. Ich weiß es nicht. Jawohl. Sehr gut. Was? Da liegt ein Schwert. Ich will die Gans machen. Was? Ja, der springt mir rein in meinen Knauf und ich stehe. Das ist ein Schwert. Oh! Ja, ich komm. Wie hast du geschützt? Nein, ich bin mir nicht erwischt. Das ist schuld. Nein, das ist immer gut. Alter, du brauchst 100 Seiten! Vorsicht, Schäfer, das Schwert. Ja, super. Das ist ein Schwert. Das ist ein Schwert. Das ist ein Schwert. Das ist bestimmt der Schläupper. Ja, wir haben es nicht gesehen. Dann treffen wir das Schläupper. Und jetzt geht das Wasser. Geht aber in die andere Richtung. Da nimmt man den hin. Aua! Oh, Scheiße! Schön! Ich hab aber schon auch wer anderes. Ich komm von der anderen Seite. Riecht mir super schön. Halt die Augen. Hinter dir! Gut! Nein! Beschwert noch da? Äh, ich hab dort nichts, ja. Was? Was hab ich denn jetzt da umbracht? Gibt's ja nie! Das ist ja Wahnsinn! Wir gehen nicht rein! Was soll ich denn jetzt? ... Ich komm von der andere Seite wo der Gegner kommt. Ich hoffe, dass ich mir nicht ziehe. Hast du ihn? Ich darf hinter mir sein. Ich bin traurig. Was ist denn das? Ich bin traurig! Oh nein. Ich komme jetzt auf der mittleren Ebene über den Aufzug. Kriegst du den da hinten? Ja. Ich halte ihn da hinten. Einer kann auch auf der Zug kommen. Ah, das ist das 1,3. Zwei, vier, 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 vier Bis zum Auto! Biddy, ich bin nicht über uns. Und zwei Klick. Ach, ich gehe nicht kurz. Ist der eine schwertere Faden noch? Weiß ich nicht. Wie auch auch. Ja, ja, das ist schwer. Ich mache nicht die Faden jetzt. Was? Welche Waffen hast du da? Was gibt's da mir? Ach, geht's, gibt's nicht. Noch nichts mehr. Wir haben sonst mal hier. Ja, weggekommen. Ich spiel es dir. Weiß ich jetzt nicht mehr. Bei dir, ich versuche es. Ich spiel es nicht mehr. Ich hoffe es nicht ist bei mir Ah, ich bin so weg Außer am Tritt Ich bin oben Nein, komm ich mal oben Oben mit dem Treffpunkt Bist du oben? Ja, den habe ich Ah ja, stimmt Und hier ist irgendwo einer? Ja Kannst du dann? Ja Gut Unten Mitte ist er noch Von meiner Seite kommt er noch Nein, der ist links unten Bist du Sniper? Der steht da Ja Passt Ja Ach, ich bin mir da noch mal H 뜨 Da ist ja super schön Wow, fix! Wir reden ja nicht über Waffen drüber, aber wenn es da vorn unter dem Scheissen bret Ödrich ist, übrigens3 es ist also kamen eigentlich ist es immer so vor wahaha schilder hier unten auch wenn er ist das ist schwer oder nicht selbst vor allem auch nach wirst du mal schwer was selbst war Oh! Oh Mann, ein Schwert! Ah, sind wir ganz schlecht, wenn wir am Schwert hinterhergehen. Das geht zu 90% einem schlechter. Komm gar nicht. Vorsicht! Ich kann mir ein Schwert machen. Oh Mann! Oh Mann! Was war das? Was war das? Das ist ein Schwert. Nein, das ist hoch. Oh, der andere geht. Wuhuhuhui! Ah! Ah! Das ist gewartet. Ah, aber gut. Ah, aber gut. Ah, aber gut. Ja, aber gut. Ja, aber gut. Ja, aber gut. Ich warte. Oh, der ist oben mit, denke ich. Ja. Musst du für irgendeine Seiten, oder? Dann komm ich mit dir auf. Ich komm, wo eine Seite. Oh, der ist unten. Der ist unten. Der ist unten, ne? Ah! Was war denn das? Äh, der ist ganz unten. Da ist unten. Ich bin hinterher. Ich komm jetzt mal zu meiner Seite. Ich bin vor dem Supershowt hier. Supershowt, du bist weg. Na, Supershowt, du bist weg. Na, Supershowt, du bist da drauf, das zu sagen. Also, wir sollen den ab, aber wir sind doch gescheit. Nein, wir gehen uns ja mal anscheinend sehr richtig. Zwei Punkte vorne. Oh, der war hinter mir auf dem Mobile. Der Sniper unten dran war super. Nein, der Sniper unten. Oben. Ja, da ist er. Der ist... Was soll der jetzt nicht richtig sein? Was ist denn? Ich kann vor der anderen Seite noch heute bitte durch, heute bitte durch, heute bitte durch. Was ist denn? Der Leppner, der steht da nicht im Dreck. Na, wir gehen uns rein. Das geht's doch nicht. Bist du ein Lacker? Ach du stehst bitte Boah, der Ficks Der hat zu da gehabt Der steht direkt im Sehkommen WUAH! Vaar Wicket Du willst es nie 5,6!!! Ihr Anl次 ist schlau gellossen Jetzt ist Da ich schraut, einer schwinges Schraucht die? Du hast mich bloß von der Seite erwischt, das war nicht legitim! Halt noch! Halt! Halte doch! Bist du! Ah! Habts mich voll abgehen! Ja, gib mir doch den! Bist du noch um? Ja, alles nicht mehr. Was? 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 Gibt's doch nicht! Zeh ich mir das ganze Schritt los! Dann verreckt er nicht! Du Molle! Zeh ich mir das ganze Schritt los! Wer ist hinter dir? Hinter dir ist dein Schwert! Ich muss jetzt mal! Der hat nix mehr! Der hat nix mehr! Der hat nix mehr! Der hat nix mehr außer das Schwert! Der hat nix mehr außer das Schwert! Alles steht los! Dies geht's doch immer nicht! Es lädt dich bis er heute dann noch! Der hat ein Schwert lebt noch! Also du hast ganz oben genäht! Na ja ich hab' keinen Tosten geflücht! Ja ich hab' keinen Tosten geflücht! Äh ich hab' das so geschüttelt und dann kommen wir jetzt abhin! Und du hast noch einen Tosten geflüchtet! Ja ich hab' keinen Tosten geflüchtet! Ja ich hab' keinen Tosten geflüchtet! Ich hab' keinen Tosten geflüchtet! Ja ich hab' keinen Tosten geflüchtet! Ich hab den Tosten geflüchtet! Kommt! Wann kommt der über »Zeit?« da kommt das was? ich weiß01 da wo ich wegfinde ich kenne da unten und ich schaff das was? ah ich hab jetzt mal gesagt im Laden Ah, einer kann von unten kommen. Ah, wer ist mit dir? Äh, der auch nicht. Der auch nicht. Der auch nicht. Da ist er noch! Der ist so dunkel! Der ist so dunkel! Der nehmt's jetzt rosa! Das kann doch nicht sein! Das nächste Mal springen wir in der Groben rein. So, eine, zwei bei dir? Ja, der eigentlich muss man nicht sein. Ah, der ist auch über uns. Drei, zwei, drei. Ah, haha, der ist mit draufgegangen. Da hab ich jetzt geschlungen. Drei, zwei! So, die muss ich mal kurz wachstehen. Ganz klar. Ich wollte die mal schnellst in die bereiten. Was? Ich wollte die mal schnellst in die bereiten. Ey, das gibt's noch mehr. Wahnsinn! Also teilweise hat's echt. Ja, das war einig, aber teilweise hat's passt, ja. Bei der, das war's, aber einfach. Was war das voller Lack! Soweit's ist wohl, was Lack. So, 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 so Sachen. Weil, was, ich schlössig du denn nicht. Ich schlössige ich überhaupt nicht. Was sag ich? Weil im Dunkeln ist ja etwas- Na, kannst du wieder ein bisschen holler stören. Das, wenn's dunkel ist, Dann. Ist's schlössig, ja? Aber wie ist ein rot ist, це intrest. Ich hab nicht überhaupt nicht. Ich so, ich schlössige ich hab nicht. So, ich schlössige du mir nicht vorbei, wenn wir von der Seiten bloß... und das ist nur ein Seiten und ich bin da oben und das ist ein Ort und das ist nicht mehr mit Schrauben zu wissen eine Art von das ist die Stahlbücher da haben wir schon die Arbeit das ist ein bisschen So dass es nicht extrem wird. Aber ich bin Beteiliger, ich bin technisch total mies. Ich bin gut kein Fußballspiel, ich bin technisch noch mieser. Das ist ein Fußball, das ist ja der Bullerboy. Sieg schon, Beteiliger, Drachen, das geht. Das ist ja der Bullerboy. Wo ist denn der Bullerboy? Ich spüre wohl nicht voll. Aber da sind wir ganz schlecht. Das hört man mega... Ja, gut, das geht wahrscheinlich nicht. Beste Doppel ist ich gar nichts. Ich spüre bestimmt eigentlich. Wenn der kommt. Simon! Komm doch mal! Und wenn ich integriere nicht spülle. Perfekt. Ah, wo ist welche Platte drauf? Boah, ich spülle noch. Schon dann? Ja. Mach mal Eis quasi. Ich kann irgendwo Volleyball spielen. Volleyball? Na? Kannst du einen Platt füllen? Pitchen. Pitchen? Pitchen. Was ist das? Äh, ich glaub der ist ja den Schiffen. DER IST WÄHUHUHNE? DER IST WÄHUHNE. DER IST WÄHUHNE! DER IST WÄHUHNE! Ah, der! Aber der hat jetzt die schnelle Methode mit dem Waschbecken gemacht. Er ist ja nicht so weit weg. So weit geht's Wunderbar Ich seh schon, ich sollte den Ball wieder in die Garage ziehen Ah ja, wir machen dann eine Eispause Wann spielen wir noch, gell? Eine Eispause? Hast du Eis dabei? Ich kann euch eins machen Wichseis Also ich kann schon mal provozieren Ihr könnt es dann noch spielen Aber jeder will auch nicht spielen Ja Da hast du sein Geld ein Ich bin zu viel noch, vielleicht auch mal